Ja, weiter geht's! Ich mag den nicht! Das fühlt sich so böse an. Äh, was mache ich denn? Falscher Knopf. Das Geräusch! Was kommt von der Karte? Das hört sich widerlich an. Nee, das hört sich widerlich an. Seriously. Hm. Hm. Was? Was geht denn jetzt ab? Äh, hallo! Was ist jetzt bitteschön im Zimmer? Adam! What's wrong? Notfall in Sektor 3, Pyro. Der gesamte Bereich steht unmittelbar vor dem Schmelze. Das Kühlsystem des zentralen Heizsystems muss defekt sein. Der Defekt droht den Selbstzerstörungsmechanismus auszulösen und somit die gesamte Station zu zerstören. Uns bleiben noch ca. 6 Minuten. Was?! Zeilen wir denn da auch noch? Ja, leck mich doch! Laufen Sie zu Sektor 3 und suchen Sie den Kontrollraum auf, der neben dem Heizungsraum zu finden ist. Die meisten Systeme in Pyro sind bereits außer Betrieb. Doch wir wissen, wer auch dieses Mal verantwortlich ist. Das SAX wird sich Zugang zur Steuerungsdatei des Systems verschafft haben. Dieses Maß an Intelligenz ist beachtlich. Oh Gott! 6 Minuten! 6 Minuten! Um das Ganze zu retten! You know what? Ihr mich auch. Aber ich muss das machen. Ihnen bleibt nur wenig Zeit. Laufen Sie zum Kontrollraum in Sektor 3. Oh Gott! Pyro, das ist Sektor 3. Schnell! Zeitlimitsachen hasse ich wie die Pest. Da unten! Da muss ich ganz hinlaufen! Uuuuuh! Hm, kann ich ja eigentlich. Meine Tür ist grüne Teil ist offen. Kann ich auch speichern? Natürlich kann ich nicht speichern! Bäh! Bäh! Pfui! Nee, ich lass mich jetzt nicht aufhalten! Ihr könnt mich jetzt mal alle am Arsch lecken! Ich habe keine Zeit! Noch keine Lust! Ich habe keine Lust mich mit euch zu plotten! Ach ja! Stimmt ja! Du scheiß Ding bist ja! Uuuuuh! So! Uuuuuh! Ähm! Weit! Kühlen Kopf behalten! Schnell hin! Misch nicht aufhalten lassen von diesen scheiß Biestern! Oh, leck mich doch! Am Arsch! Arsch! Arrrr! Scheiß Feuerbälle! Ihr macht es mir auch nicht wirklich leicht! So! Oh! Och Gott! Was zum?! Wie? Allgemeine Nacht soll ich das machen? Allgemeine Nacht soll ich das machen? Hey! Hör auf mich zu beschmeißen! Oder zu bespucken! Whatever! Hallo! Wieso? Äh! Wie soll ich jetzt hochkommen? Och! Seriously! Hier macht's mir nicht leicht! Ich bin gleich wieder da! Ich versette das Ganze! Ich hab's kapiert, du dumme Tuse! Bis gleich! Hier war der Eisbeam mal nützlich! Hier war der Eisbeam mal nützlich! Ich bin einfach auf die gehopst! Oh! 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 Das ist ja wieder klasse! Diesmal aber Reset! Second try! Mit sogar mehr Zeit! Oh! Oh! Was sollte denn dieser lag? Du schon wieder! Hau endlich ab! Oh! Oh! Die scheiß Biester macht's auch nicht grade leicht! Au! Netter Trap! Heizungsraum! Ah, okay. So? Hey, du! White Beam einsatzbereit. Beam wird weit gestreut. Wie schön, aber was war das bitte schön für ein Typ? Der da rumgefummelt hat. Kühlsystem in Betrieb. Wer auch immer das war, der ist jetzt tot. Das ist der White Beam. Meine Fresse, war das ein Schreck. Kurze Pause, dann geht's weiter. Sehr geil. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Vielen Dank.